Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz, dann gehe ich jetzt erstmal los. Hallo du verdammter Creeper, explodier ruhig, explodier ruhig. Das ist ein Wasser, dazu stört noch nicht die Umgebung, mir hat er auch nicht so viel abgezogen, also egal. Da sind Kühe. Ich habe nicht so viel Platz, noch Platz, nehmen wir die Kühe erstmal mit hier, Ping-Ding. Oh, Critical-Statter, cool wenn mir das angezeigt wird, noch mehr Kühe, ne über Schweine und so. Dann habe ich erstmal hier einen Vorrat, oh ich glaube so hoch komme ich nicht, hm Mist. Ich hasse es ja Bäume so stehen zu lassen, deswegen nehme ich die mal gerne mit, kompletti, kompletti, kompletti raggedi, Spaghetti, keine Ahnung, ok keine Reihen mehr mehr. So, dann haben wir jetzt auch mal wieder zwei Bäume abgehauen, das reicht doch erstmal wieder. Das werde ich angemessen, meine Güte, einen Amadellomon hätte ich gerne, obwohl ich am liebsten natürlich gerne einen Wemon hätte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne. so. Zwei Kisten. So. Zack, zack. Und hier tun wir erstmal alles rein, was wir nicht brauchen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir gar 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 nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir nicht. und erst mal das essen hin obwohl hier eher so in so einer reihe dann das hier und das kommt da hin so brauchen wir nicht hier ist das essen da hin ein bisschen leiser machen sehr gut dann hauen wir erst mal das beef durch ja wir sollten uns vielleicht auch mal kurz auf die suche machen ein paar nicht wegwerfen ein paar kleinere dingimon kaputt zu machen zum beispiel gaben 2 zieht das nur ich glaube die am anstelle wäre eine super idee brauchen die ganz klein wo war denn der level of beginnings noch mal welt of beginnings oder so wo kann man nicht aua 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 au wir brauchen ja misty kommt man die noch noch mal zäben alle natürlich noch nicht dran gedacht ne es darf sagen wir sagen natürlich ganz gut wie kommt man die hier noch mal zähmen da waren noch unterschiede jetzt miss 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 ich weiß nicht mehr ich weiß nicht auch hier sind so viel aber der lemon kann ich mal viel kaputt machen er wehrt sich gar nicht hoch meine güte hier gibt nur noch akons ok wir haben ein bisschen chip und ein fisch chip das war nicht gut also brauchen immer noch akons schon wieder hunger eier 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 dafür müsst ihr ja nicht auch mal ein mod installieren oder irgendwo mit 1000 eier machen kann spiele oder sowas das hat jetzt alles für ein töl secret board ja ich brauch die hälfte ja auch für die die gewahrs das ist ein problem da meine stehste ich habe noch gar kein whiteboard gesetzt wenn man zu hause das problem die paar morgen sagt mir gar nichts sagt mir nichts salomon hallo und ein holy chip nice ja irgendwas mon bing 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 nur zwei akons wo sind das leben und blumen blumen so fuck schluss schluss gut es wird schon wieder dunkel wir machen uns mal schnell auf dem weg nach hause diese richtung haben wir dann setze ich noch gleich schön einen waypoint schluss das dafür kann man diese musik war so wo die lief mit together und wo wir dann verrückt durch die höhenfestung gerannt sind und sie versucht haben den weg wieder rauszufinden war da war auch die tour du könnt euch nicht vorstellen die steaks durchgebraten und schmeißen wir schon mal alles was wir nicht brauchen weg kurz nehmen wird die stimmel bis bis jetzt auf die moon okay muss ich mal eben im hintergrund gleich ein dings öffnen ein tab öffnen wo drinstehen mit welchen mit was wir welchen die mon die mops ok das war ein blödes einzugeben wikipedia ok also kommt darauf an welchen typ wir sammeln müssen wir verschiedene dinge benutzen alles klar muss man gucken die blöden immer so viel stoff mit dem federn brauchen war dann noch blumen mushrooms mushrooms decors knochen decors tame the holy spice ah so increase health hatch eggs of corresponding species dann sollten die eigentlich theoretisch auch mal mitnehmen dann laufen wir mal so los mal gucken ob wir unsere erste die man noch in dieser zweiten folge finden ich gehe mal in den wald des der beginne davon ist er untersuchen wir uns dann ein dämon aus für uns wenn sie doch hoffentlich tanken können und wo von welchem ich hoffentlich weiß was für die type ist das müssen wir uns auch noch vorher nachgucken natürlich blöd so was das new year rom an mona nü 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 Ah, ist vor ein wenig auf ein Gatomon im Training, ein Data-Typ, äh, ne, warte, äh, ja, keine Ahnung, was das für ein Typ ist, das Gatomon wird, würde ich einfach mal sagen, Digi-Kurs, hast auch nicht mal gegessen, aber ich hab keine mehr, dann hat er egal, wie viel braucht er denn von den Dingern, scheiße, Puni-Egg, Pitchy-Egg, Wemon, Level 6, Wemon ist ein, äh, Drache, Mies, haben wir natürlich noch nicht, hm, da läuft's, da müssen wir es leider, Gott ist, einmal, kann man machen, denn theoretisch müssten die dann auch ja Miet fallen lassen, oder? Ah, ich dachte, wir kriegen schon unser erstes Digimon, aber nein, ist alles ein bisschen komplizierter geworden hier, ah, es hat Miet fallen lassen, natürlich, noch einen Drachen-Chip, ne, einen Drachen-Chip hatten wir noch gar nicht, da ist noch eins, ja gut, wir spawnen hier, wie wild, das ist gar nicht so schlimm, Maku-Ei, hallo, komm hin, ich hasse jetzt die ganze Gras hier, die Hälfte meiner Durability geht drauf, wenn ich dann Gras haue, zwei Miet, ne, wie viel Miet brauchen wir denn, Pitchy-Egg, aber die Eier lassen gar nichts fallen, außer ein bisschen Erfahrung, Moku-Ei, Chibo-Ei, Tsubo-Ei, Voila, Jura-Ei, Bota-Ei, Bota-Ei, Bische, Moku-Ei, Ne, Passt nicht, ich tu den Chips mal hier gerade in meinen Slot-Leiste, Papu, Sternchen drauf, süß, Poyo, Ne, Metall-Coro, Ne, Bota hatte ich grad schon versucht, ne, 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 Elecmon. Kenn ich nicht. Hau kaputt. Hm. Yugi-mon-bo... Yugi-mi-bo-ta. Hä? Fuck. Kenn ich auch nicht. Das ist doch schon ewig her mit Digimon. Es ist doch schwierig sich an alle zu erinnern und dann noch auf Englisch. Chibo. Hau das noch an Wemon. Ne. Immer so eine scheiß Hitbox, ne? Irgendwo gefangen halt. So eine Ecke. Ja, so. Noch mal Meat. So was für ein Ei. Pitchy. Hau ich hier nur... Die Eier liegt kein Aschkind. Oh, ja toll. Da ist mein erstes Schwertschock kaputt. Also ein Jemansschwert würde sich auf jeden Fall lohnen. Falls wir jemanden finden. Toll. Zweite kaputt. Zuru-Eck. Keine Ahnung. Sieht aber schon mal anders aus als die ganzen anderen, wo wir gerade drüber hergelaufen sind. Zubo... Pududu... Scheiße, ich hab hier ja kein Raypoint gesetzt, ne? Fuck. Eigentlich müsste ich jetzt erst nach Hause. Mal zu Hause zoomen. Oh, was ist das denn? Zubo... Moku... Hm. Aber kann es von den Eiern, wenn ich nicht Chips habe? Oh, wie blöd, ne? In die Richtung muss ich eigentlich. Ich glaube in die. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Blau, ich muss in die Erstellung zurück. Ja, da hinten ist das Schneebiom, da muss ich hin. Alles klar. Mist. Jetzt geht es hier nicht weiter. Über die Bäume. Ach, ich will nicht durchs Wasser. Und es wird auch schon wieder dunkel. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir uns auf dem Weg nach Hause gemacht haben. Oh, Demi Wimond. Hallo. Hallo, Demi Wimond. Komm, wir haben vier Meter. Probier's jetzt mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aber ich hasse es. Nein. Das heißt, es wird hier nicht immer passt, wie man das gehen hätte, ne? Bitchi. Och, Mann. Wer braucht man denn für so einen Digimon? Oh, jo. Muss ich ja wirklich erstmal, wahrscheinlich ein, zwei Folgen, nur Digimon kaputt machen. Bevor ich hier überhaupt irgendwie anfangen kann, zu versuchen, die zu tapen. Also blöd. Aber wir wissen, worauf wir Wimond finden. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Sollte mein Haus auch vielleicht ein bisschen ausleuchten, ne? Wir liegen und schlafen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, Digimops Mod. Danke, dass ihr dabei wart. Vorschläge gerne in die Kommentare. Auch welche Digimon ich's nehmen soll. Vielleicht wolltet ihr auch mal ein bisschen mitbestimmen. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.